Bibi Schwuppen von den Augen Wie Schwuppen von den Augen Ok, ja, stimmt, nee, dann, dann Warum hat mir das denn keiner gesagt, dass ich den nicht gemacht habe? Warum hat keiner mir daran gedacht Ah Das macht Sinn Ja, das ist richtig Günther Nein, so wie Marc das ausspricht In der Tat Ok, und Oh, ja Ok Da fragt jemand Habe ich was verpasst und dann nicht wirklich nur ein paar Worte Also ja Er hat was verpasst Ok, da geht's lang und da geht's lang Ok, so ist es eigentlich viel cooler Ja, Herr Like, sie haben etwas verpasst So um die 3 Stunden Ja Echt, so lang hocken wir schon hier Ja, ich kann mich erinnern, dass ich gegen 6.30 reinkomme Puh Und Ok, jetzt bin ich eigentlich hier soweit fertig Puh Ok Ok, 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 ok Ich kann noch ein paar mal ok sagen, aber das bringt mir nichts Ok Ok Und ich nehme mir jetzt mal eine Mario-Mütze Wario Ein Mario, der Wario sagt Du kannst es ja später nochmal nachholen Was ist das? Ja, später, wenn ich mich mal dazu entschließe Die ganzen Parts einzuteilen und hochzuladen Die ich schon letzte Woche gemacht habe Ich hab extra nichts mehr gesagt Du warst mit Virtual Reality beschäftigt Ich war mit sowas von dem Zeug beschäftigt, ja Ho, ha, ho, ha Geht hier auch um wichtige kanaltechnische Zukunftspläne Also, muss man ja mal richtig Richtig Das erinnert mich grad an ein Lied von, äh, Ching Deskan Ja Samurai Nee, sagt mir nix Ach, du kannst Samurai nicht Nein Ah Ich kenn nur die ersten drei Buchstaben davon Und nein Samenrein Nein Was? Das hatte ich doch Ehrlich? Du, ich wollte es nicht ausstellen Ich wollte erst sagen, jetzt würde ich so lachen, wenn du den Stern doch schon hattest Jetzt lach nicht Jetzt, wo es wirklich mittere Realität ist, kann ich tatsächlich nicht drüber lachen Aber den anderen Stern, den hatte ich definitiv auch Den, wo du, äh, den Zuschauer Marios dicken hinter die Kamera gehalt hast, ja Hintern Ja Okay, und, äh, den, den, äh, in dem Vario Level, den hatten wir auch gemacht Also, einmal den, wo wir zum ersten Mal drin waren und das andere Mal sind wir noch reingekommen, als Als wir die, äh, Welt fertig gemacht haben Und, äh, da hab ich ja auch die roten Münzen geholt, also das ist definitiv nicht, äh, hinter dem Spiegel war ich auch Mit Luigi Okay, und die zwei Regenbogensterne hab ich auch gemacht 17 Leben wird auf Edna spricht aus, der Game Over gewettet Nein, 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 Edna, Edna spricht aus, ähm, ist doch schon gewotet worden Da ging ja, äh, schon mal Game Over, da ging es ja entweder Edna spricht aus oder Superman 64 Ich glaube, er fragt eher, ob er gleich Game Over geht, aber mit siebzem Leben ist es ein bisschen gewagt Edna spricht aus, als ein allgemeiner Running Kid Mhm, so geheime Sterne, also eigentlich müssten es ja dann Also, ich bin eigentlich, ich bin auch schon alles durchgegangen und wüsste jetzt spontan nicht welcher das ist Ja, also die, 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 äh, Häschen hab ich, ich hab die, Moment, Bowser in the Sky hab ich natürlich noch nicht Soll ich nochmal in den zweiten, bei dem zweiten Bowser reingehen und gucken? Du hast das hundertprozentig Okay, aber, wo soll ich es denn sonst noch? Ich meine, äh, ich hab in allen der, äh, Dingslevel Also es müsste ja irgendwas sein, bei dem du denkst, dass du es hast und es ist es nicht Ja, aber, ich hab ja auch das, äh, wo ich, wo ich den, wo ich die Mario-Mütze hier, diese, äh, Federn geholt hab Das hatte ich auch, oder? Mario mit Federn? Ja Ja, da, da, da hab ich das mehrmals versucht, das wollte ich sofort haben Mhm, das war glaube ich sogar die Mission, in der ich dann reingeholt wurde, dieser eine mit dem Turm, oder? Aber wo soll denn sonst noch? Ah, das geht doch gar nicht! Egal, ich lass es auch damit Aber, äh, wo... Was fehlt mir denn dann noch? Für ein geheimer Stern Also die Todessterne hast du auch alle Die Todessterne? Die Todes... Wir, wir gehen jetzt wirklich nicht nochmal alles durch, glaube ich Es hilft ja nichts, es hilft nichts Es hilft nichts, ich mein, das ist merkwürdig Sehr merkwürdig Keiner der 16 Zuschauer hat sich gemerkt, was noch fehlt Naja, wahrscheinlich waren alle nicht, äh, nicht alle immer da Ja, war ja auch kein, äh, prima Sache Kein Vorwurf Ja, genau, genau, war ja auch unangekündigt meistens Einmal war's angekündigt, huh So Na, schaff ich das in der rechtzeitigen Rechtzeit? Ja So, das ging sogar schneller Das ist wirklich schneller als im Original Also unter 20 ist ja beim Original kaum möglich Aber okay Wir haben jetzt rausgefunden, die beiden waren's definitiv nicht Müssten wir jetzt echt so ne Strichliste führen Alles durchstreichen, was nicht ist Nein Was passiert denn dann? Boah Jetzt interessiert's mich Oh oh Das war's definitiv wert Auf jeden Fall Aber trotzdem was Also ich hab Oder hab ich da den anderen Stern? Nein Oder? Oder? Ich hol mir erstmal Mario wieder Maxido Origins Live Die Vergangenheit auf der Suche nach Neuem Oh man Aber ich mein Wo war denn noch was? Ich hab definitiv alle 8 roten Münzen in der Goomboss Welt Kannst du als nächstes Super Mario Sunshine bei FLP'n? Super Mario Sunshine Ich würde ja gerne Ich würde sogar gerne Aber er muss leider Superman 64 spielen Na Fängt auch mit Super an also Ja Okay das war gut Ich war nicht oft da aber die weiße Tür bei den Charakteren Welche? Die weiße Tür bei den Charakteren Äh die ist schon Die hatten wir gerade Das waren durch die Häschen Okay das ist es auch nicht Und tschüss Ah war ja Oh man Aber was haben wir denn jetzt noch nicht? Also die weiße Tür bei den Charakteren Wie gesagt das war jetzt der Stern 147 Ciao So der dir hier ist Jo So ich probier's jetzt doch nochmal Aber das glaube ich auch nicht dass es der war Nein Etna spricht aus hat nur eine Stimme bisher Das kann sich noch alles ändern Genau Aua War da noch irgendwo was? Da oben ist Aber das war auch nichts Ja stimmt das Ma passt auch Super Ma Super Ma Aber hier war dann der Super Ma Ma Super Ma Ma Mia Oh ja Okay hier war ich aber drin Definitiv Das ist die Welt die so aussieht Genau Dann hast du ein paar Silberstände gemacht und dann war's das Ja Oder brauchst du dafür wie ein Charakter den ich hatte ich weiß es nicht Ne ne Oder? Ne es wird nicht noch gebootet Ich glaube Eigentlich wird schon noch gebootet Wenn ihr unbedingt wollt Wenn ihr unbedingt ein Spiel vorstellen wollt Super Marissa World Live Ja das ist doch super Was ist denn das? Das ist ein Tohu-Abklatsch von Super Mario Oh weia Mit so richtig viel Bullet Hell Ne mit Bullet Dunkel Bullet Hell glaub ich nicht Aber fiesen fein Ah ok Klingt auch gut Das ist sozusagen nochmal ein Best of the geheimen Sterne Was wir jetzt machen Ja genau damit alle nochmal sehen wo sind die geheimen Sterne versteckt Weil sie selber Probleme haben und das tut einfach die Folgen Genau einfach Ja Sterne in diesem Part Das könnte ich vielleicht doch mal wenn ich die Zeit hätte Vielleicht beim nächsten äh Du musst ja schon mein Leben nachholen alle Reifen Ja Ja Ne wieso Nö da hab ich's Ah Na ja ich hab es ähm Das waren nur ein paar Parts Ja natürlich Nur die relativ neuesten Maxido was hältst du von Undertale? Noch nicht angefangen obwohl ich das eigentlich auch mal so mir überlegt habe Ja Super Mario Firmity ist cool das stimmt Was 74? Das ist ein Hack von Luke Bullet Ja Wo geht's denn hier weiter noch? Soll aber sehr schwer sein Oh schön Das klingt doch nach was für andere Leute Wie kann man das Undertale nicht mögen? Äh hab ich doch nicht gesagt? Äh aber ist alles Ja du nicht Johansson Yo-Kai Watch was hältst du davon? Ach schon wieder Warum kommen denn immer alle mit Yo-Kai Watch? Warum schon wollen alle was von ihrem Hals wissen? Hä? Was hältst du davon? Achso ja Aua Okay Okay Da ist ein Stern Den will ich auch Okay dann weiß ich ja wo der letzte war Aber das war eigentlich alles Das hatte ich Definitiv Warum sollte ich das nicht haben? Oder wo ist denn hier der letzte? Echt jetzt mal? Wo ist der? Na drunter irgendwo wieder Na vielleicht der Goomba da Einer der Goombas Aua Tim Auf dem kleinen Bild hab ich ja gedacht das ist äh der Charakter aus Yuminiki Boom So da haben wir den letzten Oh das ist Natürlich nicht Aha Aber wo Das Messer irritiert so ein bisschen Welches Messer? Auch höher gegen das äh Ich hab keine Ahnung mehr Ich hab echt keine Ahnung mehr Ich hab echt keine Ahnung mehr wo ich noch was machen kann Hä? Ich geh nochmal 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 Let's playen Wird vielleicht nur einen streamen aber trotzdem Hm ja Welches? Wer gar nichts zu tun hat kann am besten noch mal alle Folgen gucken und sich notieren was schon gemacht wird Geht ja nicht sind ja nicht alle oben Oh, Mann. Moment. Äh, bla bla bla. 8 Red Coins. Booths are carrying. Aha. Okay, also, die muss ich haben. Weil die Booths, die haben keine roten Münzen mehr. Also gehe ich mal davon aus. Oh, Gott. Ja, Mario riecht sich auch schon wieder hin. Okay, Sunshine Island ist abgehakt. Princess Secret Slide ist abgehakt. Aquarium ist abgehakt. Die roten Münzen bei den Booths, ja. Goomboss, definitiv. Da gehe ich nicht nochmal rein. Das habe ich. Das packst du die jetzt wirklich alle richtig ab, da? Hä? Oder guckst du jetzt bloß durch. Also du schreist jetzt nicht durch. Nein, nein, nein. Oh, Gott. Ich bin ja gewillt nochmal zu dem Dings zu gehen. Zu dem Frost-Ding. Wo ist denn das gewesen? Dieses Frost-Bonus-Level da. Ja, welches ist denn das mit diesem Ride down the initial slide and fall into the... Achso, nee, wo ist denn das? Wie komme ich denn in dieses... Wie komme ich denn in dieses Dings-Level nochmal rein? Oh, ich weiß in welcher Folge das war. Ich könnte mal schnell gucken. War das von diesem einen Eis-Ding aus? Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich gucke mal. Ja, ich meine das mit diesem Eis-Boss. Ich gucke mal jetzt, wo du da reinkommst. Ich weiß die Folge noch. Oder ist das... Oder ist das dieses Level, wo man dann Wario kriegt? Ja. Das ist das, wo man Wario kriegt. Okay, dann müsste ja theoretisch... Also warte mal, der hat nix für mich. Das war der mit dem fetten Hintern. Das ist es nicht. So, ähm... Willst du jetzt in diese Eis-Welt da rein, wie dieser eine da? Mhm. Gucke ich mal schnell, wo das ist. Ist das nicht das da gegenüber, ja, ne? Das ist das da gegenüber. Ah, ich brauche Luigi dafür. Oh, dann muss ich ja nix noch mal gucken. Hm. Aber ich bin der Meinung... Die nachfolgenden Sterne verzögern sich um vier Stunden. Juhu. Es gibt noch nachfolgende Spiele? Sterne. Sterne. Ja. Na, das Schöne ist, wenn ich das endlich hinter mir hab, dann wird's wieder einfacher. Wie lange bin ich denn jetzt eigentlich schon wieder am... Oh Gott, vier Stunden fast. Ja, aber diesmal kannst du nicht kommen. Äh, musst noch einkaufen. Oder... Ja, das wäre ja mal ein extra... Nochmal ein extra Screen für drei Sterne. Oh, ich glaube, ich schneide das raus. Ausnahmsweise schneide ich mal was aus ne... aus ne Aufnahme raus, weil das ist echt zu viel. Eine Stunde lang suchen. Nur nach irgendwelchem... Kleinkram. Und das andere, das speedig. Das ist ne extra Folge. Ein Stunden Part. Für die Hardcore-Fans. Aber ich bin der Meinung, ja. Das ist der Stern, den ich suche, weil man bestimmt wieder Wario braucht für irgendeine der roten Münzen. Was wir vorher ja nicht hatten. Uuaah! Also da in einem Stunden Part. Oh, komm. Oh, nein, nein, nein! Hilfe! Oh, fuck. Komm. Und damit hier... Oh, boah! So, okay. Ah, ich lass die jetzt einfach. Aber wo sind die roten Münzen? Nein, aber Wario hat hier einen Stern. Und ich muss den bestimmt jetzt... Ja, Wario konnte man vorher noch nicht sein, wenn man Wario hier erst wurde. Also den hat man danach das bekommen. Ja, und ich denke, das ist der Haken an der Sache. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du danach nicht nochmal drin warst. Boom. Nee, war ich auch nicht. Wie der bei der Deutschen Bahn. Ich bin der Meinung, ja, das ist richtig, Günther. So, und hier gehe ich jetzt einfach mal als ein... Genau, aha. Es macht Sinn. Ja, ja. Oh mein Gott, wir haben es, Leute. Wir haben es. Es ist ein Stern. Wuuuuhu. Wuuuuh. Ja. Musst du doch nichts rausschneiden. Doch. Ja, komm, lass uns alles drin. Nein. Oh Mann. Okay, Kurs verlassen. Wir haben ihn. Ja, ich muss da auch sehr bitten bei dem Stern. Alter. Alter, nee. So, und jetzt müssen wir als Wario da rein. Oh, ich muss eigentlich mal... Das kann ich mir für nach dem Stream aufheben. Oh Mann. Ja, theoretisch hätte ich dann auch noch später ein bisschen Zeit. Also, wir können dann gerne ein anderes Spiel anfangen. Aber bitte nicht, Edna spricht aus. Und eigentlich auch nicht Superman 64. Und ich denke auch lieber nicht... Deine Eben, Harveys neue Augen. Ich hätte lieber halt Bock auf Harveys Moon. So lange, bis wir das erste Mal was angepflanzt haben. Fertig. Juhu. Ich, Scarlet Valley. Mensch, ey. Hätte ich da mal dran gedacht, dass wir da ja eigentlich noch Wario gebraucht haben für irgendwas. Genau, oder hat ja keiner dran gedacht. Nee, eben. Oder hat es mal jemand in den Chat geschrieben? Bitte mal durchsuchen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, es hat jemand reingeschrieben, ja? Hä? Und zwar ist es geile, das war Mario über den Abschnitt, den Bindler. Ja, aber das war schon der Moment, wo er schon wusste, wo es ist. Oh. Naja, nee. Also, vorher hätte ich dann gerne das schon...